Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich ein neues Video für Sie teilen. Neue Beiträge und Neuigkeiten kamen von den erfolgreichen Spielern Halil Ibrahim und Sila Türkoglu. Heute werde ich Ihnen die Details meines Videos über Halil Ibrahim erzählen. Bevor wir mit unserem Video fortfahren, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, mein Video zu liken und uns zu unterstützen. Halil Ibrahim Jehan und Sila Türkoglu, die talentierten Stars der beliebten TV-Serie, haben einen herzerrwärmenden Beitrag verfasst. Sie führten ein bedeutungsvolles Gespräch, in dem sie ihre Bedenken äußerten und Probleme lösten. Es war ein wunderbarer Dialog und ein offenes und herzliches Gespräch, bei dem es um die Bindungen auf und neben dem Bildschirm ging. Halil Ibrahim Jehan und Sila Türkoglu, die Hauptdarsteller des Manet, schafften es mit ihren starken Darbietungen und ihrer großartigen Chemie auf der Leinwand, die Herzen des Publikums zu erobern. Obwohl die beiden ein kompliziertes Verhältnis hatten, erregte das Publikum auch Bewunderung und Neugier. In einer aktuellen Szene des Manet führten die Charaktere von Halil Ibrahim Jehan und Sila Türkoglu ein offenes Gespräch, das reale Dynamite widerspiegelte. Dieser Gedankenaustausch half dem Duo, seine Gefühle auszudrücken, die Perspektiven des Anderen zu verstehen und an der Lösung seiner Probleme zu arbeiten. Die Nachricht über ihre Reden auf der Leinwand sorgte bei den Fans für Aufregung und löste Debatten über ihre Auftritte in den sozialen Medien und ihre Verbindungen sowohl auf als auch außerhalb der Leinwand aus, Während die Vertreter von Halil Ibrahim Jehan und Sila Türkoglu keine spezifischen Details über die Bühne preisgaben, die Fans applaudierten die Auftritte des Duos und das Selbstvertrauen, das sie ihren Charakteren entgegenbrachten, lobten ihre Liebe und Zuneigung. Sie schickten ihre Gefällt mir Angaben. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Ich hoffe, wir sehen uns im neuen Video. Tschüss.